Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. So, wir befinden uns jetzt schon in der 10. Woche. Ja, die Zeit rennt. Für alle, die neu auf dem Kanal sind, das Depot wurde am 05.07.2021 bei einem DAX-Stand von 15.619 mit 25.000 Euro gestartet. Mein Ziel ist es unter anderem zu zeigen, dass man auch bei DAX-Höchsten bzw. zu jeder Zeit ein Depot aufbauen kann. Bis jetzt habe ich 58 Aktien analysiert. Davon sind 29 ins Depot gekommen. Teilweise über den Umweg-Watchlist. 20 befinden sich aktuell auf der Watchlist. Und 9 sind durchgefallen. Naja, was heißt durchgefallen? Sie sind für mich jetzt nicht kaufenswert, da sie mir nicht gefallen, ich bessere Alternativen habe oder sie durch mein Tool gefallen sind. Und daher beobachte ich sie nicht weiter. Falls ihr euch für die Analysen interessiert, geht einfach auf die Kanal-Hauptseite unter Playlist oder hier unter dem Video in die Beschreibung. Dort findet ihr auch einen Link, der euch dann zu den Analysen führt. Mit dem Format Depot-Update, das ich am Wochenende mache, will ich die Woche ein wenig aufarbeiten und zeigen, was sich in meinem Depot getan hat. Natürlich schaue ich auch ein wenig auf die Unternehmen. Schließlich soll man seine gekauften Aktien nie aus dem Auge verlieren. Dazu dann gleich mal mehr. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Markt. Was hat sich in der Woche beim DAX getan? Wir sind bei gut 15.765 Punkten gestartet und der DAX schloss dann bei 15.559 Punkten. Die Spanne lag dann in der Woche zwischen 15.462 und 15.957 Punkten. Auf Wochensicht verlor der DAX also gut minus 1,31%. Ja, ja. Der September als einer der börsenschwächsten Monate hat mal wieder zugeschlagen. So, dann starten wir mal das Depot-Update. Viel Spaß damit. Dann fangen wir mal an. Diese Woche hat sich nicht nur am Markt etwas getan, sondern auch in meinem YouTube-Depot. Natürlich habe ich auch diese Woche investiert und optimiert. Eine Aktie kam komplett neu ins Depot. Daneben habe ich noch kleinere Optimierungen vorgenommen und auch gesplittete Einstiege vervollständigt. Manchmal ist Abwarten eine gute Maßnahme, um etwas billiger in einen Wert reinzukommen. Dazu dann nachher aber mehr, wenn wir uns die Watchlist bei den Datenblättern ansehen. Wie vorhin schon gesagt, befinden sich aktuell 29 verschiedene Aktien in meinem Depot. Ich finde eine beachtliche Anzahl für so einen kurzen Zeitraum. Man muss auch bedenken, dass ich die Aktien zu fast Indexhöchstständen kaufe. Also man kann nicht sagen, dass man zu solchen Zeiten keine Aktien finden kann. Es ist schwieriger wie in Bärenmärkten, aber nicht unmöglich. Ich habe es bei 29 Aktien geschafft. Die Details zeige ich dann gleich. Ich möchte noch einmal auf das Strategie-Update-Video hinweisen. Wer nicht versteht, was ich hier mache, der sollte sich das Video unbedingt ansehen. Dort erkläre ich, warum ich die Optimierung vornehme. Danach sollten eigentlich alle Fragen geklärt sein. Den Link zum Video habe ich übrigens für alle Interessierten unten im Beschreibungstext noch einmal verlinkt. So, ich blende mal das Depot ein. Den Rest erzähle ich dann im Anschluss. So, wir sehen jetzt hier einmal das Depot mit dem Gesamtstand. Also das ist dann halt das Guthaben inklusive den Aktien, in die ich investiert bin. Und zusammen ergibt das momentan 27.303 Euro. Hierzu muss man natürlich sagen, dass natürlich auch der Abverkauf beim DAX auch nicht spurlos an meinem Depot vorbeigegangen ist. Und man sieht ja auch, wie der Kurs im Laufe der Woche mit dem Niedergang des DAX auch bei meinem Depot runterging. Hinzu kommt natürlich auch noch, wir haben jetzt hier, das wollte ich auch noch mal zeigen kurz, wir haben jetzt hier den Schlussstand vom regulären DAX um 17.30 Uhr. Und da war das Depot noch bei 27.368 Euro. Und man sieht auch noch mal, dass er kurz hochging auf 400 Euro. Und dann sackte er ab und dann kam am Ende noch der Spread dazu, der sich verbreitete, nachdem der Handel komplett beendet war. Dann geht der Spread hier auch weiter hoch. So, dann wollen wir mal schnell mit den Unternehmen anfangen. Schließlich haben wir so einiges zu besprechen. Als erstes Corvestro, da bin ich noch schön mit 11,06% im Plus. Hier ging es eigentlich gut hoch noch die Woche im Gegensatz zum DAX. Und da kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Nachrichten gibt es hier keine. Deswegen können wir hier relativ zügig wieder rausgehen. Wo es nicht ganz so zügig wird, mache ich auch mal kurz bei RWE. Da bin ich momentan mit 93 Euro im Plus. Das sind 12,95%. Es lief seitlich und dann tendenziell nach unten. Auf Wochensicht 1,59% im Minus. Es gab hier kleinere News. Ein Investor fordert zum Beispiel Braunkohleabspaltung. Dann gab es noch eine Analysten-Einstufung. Metzler hebt Ziel für RWE auf 48 Euro an und sagt Bye. Ja, das hört sich doch mal schon mal ganz gut an. Ein bisschen Platz nach oben hätten wir. Gut 16 Euro. 15, 16 Euro. So, und dann hatten wir als letztes noch eine Meldung gehabt, dass RWE und EDF Zuschlag bei einem Offshore-Windenergie-Projekt hat. Beziehungsweise bei einer Ausschreibung. Da haben sie den Zuschlag bekommen. Ja, also News-Lage ist okay bei RWE. Und dementsprechend können wir hier auch alles soweit weiter laufen lassen. Vor allem, weil ich hier ja auch noch nicht im Plus bin. So, dann kommen wir zu BASF. Hier auf Wochensicht ging es dann auch leicht runter. Ja, auf Wochenbasis 1%. Ich habe jetzt auch keine News soweit gehört, was in Amerika los ist. Da war ja, glaube ich, gewesen letzte Woche, dass ja dann ein Stillstand von einem Werk wegen dem Tropensturm gemeldet worden ist. Es wurden auf jeden Fall soweit dann keine weiteren News mehr rausgegeben. Das Einzige war eine Analystenstimmung oder Analystenmeinung. Und da wurde vom US-Analystenhaus Bernstein die BASF auf Outperform gesetzt mit einem Kursziel von 112 Euro. Da würde ich doch mal sagen, einen Busch und Platz haben wir dann noch nach oben. Ja, mehr gibt es hier nicht zu berichten. Also ab zur nächsten, zur AT&T. Auch hier sind wir relativ News arm. Der Kurs ging auf Wochensicht knapp 1% runter. Nichts passiert. So, jetzt müssen wir schön leise sein, damit sich die Aktie nicht erschreckt. Wir gehen mal ganz leise bei Crop Energy rein. Da haben wir natürlich auch wieder mal keine News. Und auf Wochensicht ein kleines Plus von 0,7%. Ich bin mal gespannt, wann ich mal die erste News bei Crop Energies vermelden kann. Hier tut sich ja nie etwas. Aber ist ja auch gut. Solange sich nichts tut, kann ja auch nichts Negatives kommen. So, wo es jetzt ein bisschen mehr zu berichten geht, da ist natürlich die Royal Dutch Shell. Ja, was heißt viel zu berichten? So viel ist es auch wieder nicht. Auf Wochenbasis, ja, gehen sie nachher runter 1,5%. Bei Royal Dutch Shell muss man natürlich immer ein Auge auf den Ölpreis werfen. Der lief recht stabil in der Woche. Zwischen 71 und 73 Dollar wurde der gehandelt. Und der Kurs ging am Freitag dann bei 72,89 Dollar aus dem Handel. Ein Grund für den guten Preis beim Öl wurde auch genannt. Es gibt immer noch beträchtliche Angebotsausfälle in den Förderregionen im Golf von Mexiko und in Libyen. Und das sorgt wohl für einen Auftrieb bei den Ölpreisen. Gut für Royal Dutch. Denn bei Preisen über 50 Dollar versehen sie richtig gutes Geld. Und aktuell sind wir ja sehr weit über diesen Betrag. Ansonsten gibt es keine relevanten News. So, wo es auch ruhig ist momentan, ist bei Verizon. Auch da ging es kontinuierlich runter in der Woche. Wie bei fast allen Indexen. 1,75. Aber, ja, ist ja kein Problem. Kann man ja dann für die Optimierung nutzen. So, jetzt wird es langsam interessanter. Wir haben noch so einige Aktien, die auch ein bisschen actionreicher waren. Bei Vonovia, da sind wir aktuell, ja, 1% im Minus mit der Position. Hier ging es in der Woche auch kontinuierlich runter. Man sieht auch auf Monatssicht, dass die Richtung momentan, na, das brauchen wir jetzt nicht, dass die Richtung von 60 Euro auch nur noch nach unten ging. Ohne großen Stopp. Weil hier einfach sich nichts tut. Ja, hier habe ich dann eine Optimierung in die Schwäche reingemacht. Und habe die Aktienanzahl jetzt auf 14 erhöht. Ich nutze das natürlich aus, wenn die Schwächenphasen kommen. Und da will ich nicht untätig sein. Und da positioniere ich mich dann in der Aktie neu. Wie gesagt, soweit gibt es hier nichts zu berichten. Auch keine neuen Wasserstandsmeldungen bezüglich der deutschen Wohnübernahme. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 20. September. Und dann wird man mehr wissen. Und dann wird sich am Kurs auch hoffentlich wieder was tun. Vor allem nach oben, wenn jetzt endlich mal der Preis feststeht. So, kommen wir dann zur Münchner Rück. Auf Wochenbasis hat es sich eigentlich relativ gut gehalten. Mit einem knappen halben Prozent ging es nach unten. Hier gab es kleinere Meldungen. Münchner Rück erwartet höhere Preise für Rückversicherungsschutz. Und Münchner Rück will Geschäft mit Cyberversicherung ausbauen. Ja, also die Meldungen haben den Kurs jetzt nicht großartig bewegt. So, gleich sind wir auch mit den Langweilern fertig, weil gleich wird es actionreicher. Unilever ist auch noch so ein ruhiger Kandidat. Auch hier 0,7 Prozent auf Wochenbasis. Das ist jetzt wirklich nichts, was einem schlaflose Nächte bereitet. Und dementsprechend können wir hier auch rausgehen. So, Baidu. Schön 17 Prozent im Plus. Das finde ich gut. Freut mich auch. Wir sind jetzt, wie viel habe ich jetzt? Ah, 103 Euro. Okay. Auf Wochenbasis, na, es ging mal ein bisschen hoch, dann ging es ein bisschen runter. Man sieht ja, 2, 3 Prozent hoch, 2, 3 Prozent runter. Und dann über Wochensicht eigentlich nichts passiert. 0,15 Prozent plus. Hier gab es auch soweit keine relevanten News. Hier ist natürlich China-Regierung und Regulierung immer noch ein heißes Thema. Und, ja, aber jetzt nichts, was wirklich Baidu wirklich belasten würde. Und dadurch, dass die Aktie auch so schön im Plus ist, habe ich da auch keinen Handlungsbedarf. So, Merck und Co. Hier habe ich eine Optimierung vorgenommen und die Aktienanzahl auf 11 erhöht. In kleinen Schritten geht es voran. Hier gab es so keine News. Einzig, was ich wohl mitbekommen habe, sind wohl Meldungen, ja, die den Pharma-Bereich im Allgemeinen belasten. Präsident Biden will wohl gegen die hohen Preise der Pharmakonzerne vorgehen. Naja, warten wir mal ab, was da so rumkommt. Man weiß ja immer, dass viel vorgenommen wird und wenig passiert. Es hat die Aktie bestimmt auch ein bisschen belastet, diese Gerüchte, sage ich einfach mal, oder die ersten Meldungen. Aber das ist ja im Pharma-Bereich im Allgemeinen ein bisschen auch passiert in dieser Woche. Wie ich gerade gesagt hatte, ich nutze diese Schwächenphasen aus, um die Position zu erhöhen. Ich bin ja eigentlich in jedem Wert erst klein drin und möchte ja auch die Bestände bei jeder Aktie noch weiter ausbauen. Und deswegen freue ich mich eigentlich auch, wenn die Kurse noch mal ein bisschen runtergehen, weil dann habe ich halt die Möglichkeit, noch ein bisschen günstiger da einzusteigen. Es ist ja nicht mein Ziel, in den Aktien nur mit 500, 600 Euro reinzugehen. Ich möchte die einzelnen Positionsgrößen natürlich auch höher haben, aber natürlich zu niedrigeren Preisen. Es soll sich ja über Jahre dann ja auch lohnen. So, es klingt bis jetzt alles sehr langweilig, aber es wird sich noch ändern. Das kann ich versprechen. So, Heidelberger Z-Moment. Noch einer, wo es relativ ruhig lief. Es ging auch nur bergab mit dem Markt. Wie gesagt, September ist ein schwacher Monat und dementsprechend muss man sich darauf einstellen, dass die Märkte hier ein bisschen schwächeln. Und wenn die Märkte schwächeln, schwächeln die Indexe, schwächeln die einzelnen Achsen. Da werden auch im Endeffekt, ja, auch ohne große Meldung einfach Abverkäufe gemacht. Und dementsprechend, das darf man alles jetzt nicht auf die große Waagschale legen. So, dann kommen wir, jetzt kommen wir langsam mal zu den Werten, wo es auch mal was zu berichten gibt. ProSieben. Lange Zeit tat sich hier nichts gut im Kurs. Hat sie jetzt auch nicht so viel getan. Mal 2% hoch, dann ging es wieder leicht runter. Am Ende schlossen wir bei 0,76% im Plus. Ja, ich erzähle das ja schon seit Wochen. Irgendwann kommen die Meldungen über die IPOs und jetzt, zack, da ist einer. Denn der Medienkonzern ProSiebenSat.1 will im nächsten Jahr sein Datinggeschäft Parship an die Börse bringen. Juhu, endlich. Wird auch Zeit. Lang genug wurde darüber spekuliert. ProSiebenSat.1 hält gut 53% an dem Unternehmen. Und der Börsengang könnte ein Volumen von rund 3,5 Milliarden Euro haben. Also, hier könnte mal ein kleiner Mehrwert entstehen. Die Börse hat es noch nicht ganz aufgenommen, beziehungsweise eigentlich schon, weil wenn der Markt um 1,3% runter geht und eine Aktie über Wochensicht 0,7% steigt, dann hat sie ja zumindest irgendwas besser gemacht als der Markt. Und das wird zum Teil auch an dieser Meldung gelegen haben. So, dann kommen wir zur Ping an Insurance. Ja, wie gesagt, das sind ja alles Minusbeträge, die sind gar nicht großartig erzählbar mit 0,5%. Die Aktie selber hat über Wochensicht 1,14% Minus gemacht. Sie lief mal in der Spitze 2% hoch und dann nach unten hin mal 1,3% Minus. Und auf Wochenbasis hat sie ein Minus von 1,14%. Die Schwäche habe ich auch hier ausgenutzt und habe auch hier eine Optimierung vorgenommen. Und die Aktienanzahl habe ich jetzt auf 100% erhöht. Alles weitere dazu dann gleich bei dem Datenblatt. So, dann haben wir als nächstes die Baric Gold. Da bin ich mit 1,92% im Minus. Das ist aber nicht wild. Ja, von 17% schön auch über die Woche dann runter. Und vor allem dann auch am Freitag ging es nochmal runter. Hier muss man natürlich immer auf den Goldkurs schauen. Der ging ins Wochenende mit einem Kurs von 1.787 Dollar. In der Woche fiel er von 1.830 Dollar auf den Wochenschlusskurs halt. Grund war wohl die EZB-Sitzung gewesen. Da wir die letzten Wochen einen One hatten, ist es jetzt nicht so wild. Ich kann ja auch nochmal umschalten. Ja, auf Monatssicht hatten wir den schönen One nach oben über 17. Und dann ging es wieder langsam runter. Der Wert ist natürlich nur meine Position als Goldersatzinvestor. Und sollte der Kurs hier weiter runter gehen, und viele Gründe gibt es eigentlich nicht, warum er runter geht, weil der Goldpreis hält sich auf einem schönen Niveau, dann werde ich hier weiter zukaufen. Also ich freue mich darüber, wenn Baric Gold noch weiter sinkt, weil dann komme ich noch günstiger rein. Und bei dem Goldkurs, den wir aktuell haben, verdient Baric Gold gut Geld. Wie gesagt, ich hatte mal irgendwann gehört, 800 bis 1000 Dollar brauchen die Minenbetreiber, um profitabel zu arbeiten. Und da sind wir weit drüber. Und dementsprechend sehe ich jetzt hier auch keine großen Gründe für eine große Schwächephase. Und wenn die dann doch kommt und die Kurse gehen runter, dann wird das gnadenlos von mir ausgenutzt. Auch hier möchte ich eine Positionsgröße haben, die höher ist wie die aktuelle. Aber da habe ich ja auch gesagt, dass ich bei Gold als nächstes bei Neumann erstmal die Position aufbaue, damit ich halt ein bisschen breiter aufgestellt bin und nicht nur in einem Unternehmen. So, Lockheed Martin. Hier habe ich meinen Einstand über den Split-Kauf und einen dementsprechenden Nachkauf und eine Optimierung endlich vervollständigt. Die Aktie habe ich jetzt auf 2 erhöht. Ja, die Aktie ist teuer und dementsprechend gibt es nur 2 Stück davon erstmal. Und da bin ich jetzt also mit meinem Einstand, ja, man sieht ja auch hier bei innen, 297,90 Euro. Ich glaube, getestet hatte ich die Aktie bei 308 Euro. Also das bisschen Warten hat, ja, ausgereicht. Ich habe auch meinen Kurs jetzt von unter 300 Euro und dementsprechend bin ich erstmal zufrieden drin. Ja, der Kursverlauf ist jetzt natürlich jetzt nicht so prickelnd, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Also wir sind jetzt auf Wochenbasis 2% im Minus. Das kann nächste Woche auch schnell wieder anders aussehen. Oder der September schlägt weiter zu und wir gehen noch weiter runter. Was ich dann aber auch ausnutzen würde und mich auch ein bisschen freuen würde, weil ich dann noch mehr in die Aktien reinkomme. Volkswagen. Von 202 ging es runter. In 292 war dann halt das Tiefste. Und auf Wochensicht gingen wir jetzt mit gut 3,95% runter. Es findet ja momentan die IAA in München statt und daher gibt es natürlich, ja, Massen an News zu den Autobauern. Die will ich jetzt nicht alle aufgreifen. Wer mag, sollte sich mal ein wenig im Internet umschauen, um den neuesten, ja, Stand, beziehungsweise die neuesten Sachen von den Autoherstellern mitzubekommen. Sind ja schon nette Sachen dabei, die jetzt auf der Messe gezeigt werden. Dann bleibt das Thema Chipmangel natürlich im Fokus. VW-Aufsichtsratschef sagt jetzt auch, dass der Chipmangel weiter kritisch bleibt. Klar, wenn die Produktionsstätten stillgelegt werden müssen, weil die Chips fehlen, ist das natürlich kein gutes Zeichen. Aber gut, das haben wir ja schon in den letzten Wochen öfters mal besprochen, auch wie ich das sehe. Dann noch eine Meldung. Das US-Großbank JP Morgan übernimmt jetzt die Mehrheit der VW-Paymentsparte. VW Financial Services behält, ja, 25,1% an dem Tochterunternehmen. Ein Kaufpreis wurde nicht dafür genannt. Schade eigentlich. Wären ja auch mal ein paar nette Infos gewesen. Das war es aber, ja, noch nicht ganz. Es gab noch eine Meldung, dass der Chipmangel den Absatz von Volkswagen in 22% einbrechen lässt. Das ist natürlich nicht gut. Aber ich meine immer noch, dass dieses Problem irgendwann mal erledigt ist und dann kommt der Nachholeffekt. Schwäche im Kurs werde ich Stück für Stück bei meinen Nachkäufen auch dann ausnutzen. Das war es aber immer noch nicht bei Volkswagen. VW erwägt dann noch eine Allianz gegen Apple, Google und Tesla. Jo, und dann mal los. VW kann sich vorstellen, ein eigenes Betriebssystem zu entwickeln. Okay, das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ich sehe jetzt schon die Schlagzeigen. Google kauft Software-Schmiede Volkswagen auf. Das wird bestimmt interessant. Aber die meinen das ernst. Die Tochterfirma Cariad soll Europas größter Softwarekonzern hinter SAP werden. Ja, hätte ich von VW auch nicht so erwartet. So, dafür will VW jährlich 2,5 Milliarden Euro investieren. 10.000 Fachkräfte sollen 2025 bei Cariad arbeiten. Also, ich bin mal gespannt, was da am Ende rauskommt. Ich bin bei Volkswagen ja investiert. Und dementsprechend freue ich mich auf die Zeit, wenn Volkswagen SAP von Platz 1 der Software-Schmieden verdrängt. So, dann kommen wir zur Allianz. Auch hier auf Wochensicht kennt die Aktie noch eine Richtung. Ihr seht ja auch an den Charts. Es ist bei fast jeder Aktie das Gleiche. Das sind dann halt keine unternehmerischen schlechten News, die hier kommen. Und eine Aktie nach unten drücken. Das sind halt die allgemeinen Marktbewegungen. Und da können sich die meisten Aktien auch nicht von entziehen, von dieser Abwärtsbewegung. Alles, war halb so wild. Ich würde mir hier keine großen Gedanken machen, sondern schwäche Phasen weiter ausnutzen. JP Morgan hebt das Ziel für Allianz SE auf 246 Euro mit Overweight. Man sieht, da ist dann genügend Platz. Analysten sagen, hier ist noch ein bisschen Potenzial drin. Ja, dann Allianz wegen Irreführung einer Reiseversicherung wurde dann zu 1,5 Millionen Dollar Strafe verurteilt. Nicht schön, aber auch keine Sache, die mich dazu veranlasst, eine Sondersendung zu machen. 1,5 Millionen, das zahlen die aus der Portokasse. Bisschen schlimmer ist da schon diese News. Die deutsche Finanzaufsicht, BaFin, ermittelt nun auch bei der Allianz wegen, den Hedgefonds streikt. Da geht es ebenfalls um die Allianz Global Investors, so wie in den USA. Also das Problem weitet sich aktuell ein wenig aus für das Unternehmen. Passend dazu gibt es auch in den USA auch wieder News zu dem Thema. US-Justizministerium nimmt in Allianz Ermittlungen Fondsmanager ins Visier. Also das Thema brodelt weiter und daher warte ich erst einmal ab. Und dann schauen wir mal, wie ich hier die Optimierung vornehme. Je nach Newslage, je nach Schatzlage. Die Position wird definitiv weiter ausgebaut. Nur wann, wo und wie, werde ich dann entscheiden, je nach Situation. So, dann Rio Tinto. Da bin ich jetzt auch noch knapp ein Prozent im Plus. Die Aktie wie der ganze Markt, über Wochensicht ging runter. Ja gut, jetzt zum Wochenausklang hin, ging es wieder ein bisschen hoch. Hier gab es keine großen Meldungen. Und dementsprechend können wir hier auch relativ schnell wieder rausgehen. Ich habe hier auch nichts gemacht. Wo ich was gemacht habe, war bei der BHP Billiton. Auch hier 3% über Wochensicht im Minus. Das habe ich ausgenutzt. Hier habe ich eine Optimierung vorgenommen und die Aktienanzahl auf 22 erhöht. Jo, Schwäche nutze ich aus. So, dann kommen wir zur Daimler. Auch hier. Es ist fast überall der gleiche Verlauf. Ja, was soll man sagen. Hier habe ich meinen Einstand über eine Optimierung auch vervollständigt. Die Aktie habe ich jetzt auf 8 erhöht und dementsprechend bin ich jetzt erst mal voll investiert mit meinem Anfangsbetrag. 549 Euro mit 8 Stück. Einkaufskurs 68,80 Euro. Ja, ein bisschen vorsichtiger bin ich momentan bei den Autowerten wegen dem Chipmangel. Also ich werde weiter aufstocken, aber ich will natürlich auch ein bisschen die Newslage abwarten, wie es mit der Chipsituation weiter aussieht. Weil blind irgendwo nur reingehen, nur weil ich es will, macht keinen Sinn. Aber wenn dadurch eine Schwächephase kommt, macht es Sinn, abzuwarten und dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Ansonsten gilt hier natürlich auch das Gleiche zum Thema IAA. Die Messe findet noch bis zum Sonntag, den 12. September 2021 statt. Ja, wer hinmöchte, sollte sich dann beeilen am heutigen Tag. Aber aufpassen, da rennen ziemlich viele mit Pfefferspray rum. So, jeder Interessierte sollte sich mal im Internet informieren. Ja, es gab da ja schon so einiges zu den Autoherstellern und ihren Modellen. Auch zu den Demonstrationen, die momentan bei der IAA ablaufen. So, eine Sache will ich aber von der Messe dann doch berichten. Die fand ich dann recht lustig. Mercedes will nämlich in der Zukunft seine Autos via Gedanken übertragen fahren lassen. Ja, okay, warum nicht? Also, in Daimlers Zukunftsvision ist Sparsteuerung im Auto ein alter Hut. Na, da warten wir doch mal ab, wenn wir die Autos mit unseren Gedanken steuern. Ich bin mal gespannt, wie meine Frau dann fährt. So, ja, und dann haben wir noch, was haben wir denn hier noch? Habe ich mich jetzt hier machen? Ja, nee, dann ist das soweit eigentlich ganz gut. Ja, doch. Ja, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Keine Sorge, ich habe keinen Schlaganfall. Ich bin jetzt nur ein bisschen verwirrt. Zu viele News. Anheuser Busch, die haben wir auch noch. Hier sehen wir, wie bei fast jeder Aktie, dass sie über die Woche ihre 3-4% verloren hat. Hier gibt es auch keine relevanten News. Hier habe ich dann auch meinen Einstand über den Split-Kauf oder Split-Nachkauf und eine Optimierung endlich vervollständigt. Die Aktie habe ich dadurch von 5 auf 11 erhöht. Und ihr seht ja hier, ich bin jetzt mit aktueller Wert 536 Euro, 11 Stück, Einkaufskurs 48,97 Euro. Also die unter 50 Euro bin ich gekommen und dementsprechend warte ich auch jetzt hier weiter ab und bei weiterer Schwäche wird auch hier weiter zugekauft. So, dann kommen wir zur Telekom. Auch hier auf Wochensicht. Ja, es schnellte mal kurz hoch. Warum, erzähle ich dann gleich. Und dann ging es auch bergab, wie mit dem ganzen Markt. Ja, bei Telekom habe ich meinen Einstand ebenfalls über eine Optimierung vervollständigt. Ich habe jetzt 30 Aktien im Depot. Wir sind jetzt beim Einstandskurs von 17,49 Euro. Auch hier bin ich wegen dem September, der aktuellen Marktsituation, auch ein bisschen vorsichtiger beim Einstieg, weil ich mir noch ein bisschen mehr Platz lassen möchte für die Optimierung. Ist halt ein schwieriger Monat. Und dementsprechend möchte ich hier auch ein bisschen sanfter reingehen, um dann mehr Möglichkeiten bei den Optimierungen zu haben. Je weiter es runter geht, desto mehr werde ich definitiv aufstocken, weil Telekom ist für mich ein super Unternehmen, gerade für die Zukunft. Und warum, das kann ich jetzt auch noch erzählen. Denn bei den News dreht sich vor allem alles um ein Thema. Zum einen, die Telekom verkauft seine Niederland-Tochter und stockt bei T-Mobile US endlich auf. Der Verkauf spülte wohl gut 5,1 Milliarden Euro in die Kassen. Und ja, die werden aber auch gebraucht für die Anteilsaufstockung bei der T-Mobile US. In diesem Deal für die Anteilsaufstockung wird im Gegenzug die japanische Softbank nun großaktionär bei der Telekom. Sie haben dann wohl Anteilsscheine in der Größenordnung 4,5 Prozent von dem Bonner Konzern. Durch den Deal kommt die Telekom nun auf 48,4 Prozent an dem US-Mobilfunkanbieter. Da gab es bestimmt schon schlechtere Deals. Am Anfang der Woche hat das den Kurs auch noch ein bisschen nach oben getrieben. War ja auch eine gute News. Dann ging es runter. Also ich finde das eine super Sache, dass Telekom wirklich bei der amerikanischen T-Mobile US Hauptanteilseigner wird. Und das war ja auch ein Teil meiner Strategie. Ich wollte ja auch in den Wert rein, um halt bei allen drei Großen vertreten zu sein. Und es kündigte sich da ja schon an, dass Telekom das vorhat, dass es jetzt so schnell geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber sie machen Nägel mit Köppe. Und dementsprechend finde ich das gut, dass das so kommt. Und ich finde auch gut, dass die Aktie jetzt ein bisschen runterkommt. Weil, wie gesagt, ich möchte da auch noch ein bisschen dicker einsteigen. Und das finde ich sehr schön, wenn der Kurs dann tiefer ist und ich die Aktie günstiger bekomme. Xiaomi als nächstes. Auf Wochensicht haben wir auch 3,7 Standard. Von links oben nach rechts unten. Ja, in Hongkong hat Xiaomi jüngst 7,91 Millionen eigene Aktien für insgesamt 192,7 Millionen Hongkong-Dollar. Das sind ungefähr 21 Millionen Euro eingesackt. Ist jetzt kein großer Betrag. Gekauft wurde zu einem Kurs von 24,30 bis 24,45 Hongkong-Dollar. Das entspricht im Schnitt etwa 2,65 Euro pro Aktie. Finde ich gut. Weiter so. Sind zwar nur symbolische Handlungen in der Größenordnung. Aber Schaden tut das ja auch nicht. Wie gesagt, ansonsten gab es hier keine größeren News. Und dann kommen wir zur Stellantis. Hier habe ich ebenfalls meinen Einstieg über eine Optimierung vervollständigt. Die Aktie habe ich dadurch, ja, jetzt mittlerweile von 18 auf 26 erhöht. Wie ihr hier auch sehen könnt. Ja, hier bin ich natürlich auch wegen dem Schiebmangel erstmal ein bisschen vorsichtiger. Ich werde weiter aufstocken. Pö a pö. Und dementsprechend wird sich der Wert definitiv auch noch erhöhen. Ja, bei Stellantis gibt es dann mal keine Science-Fiction-Stories. So wie bei VW und bei Daimler. Ich sage nur Betriebssystem und Software-Schmiede. Beziehungsweise dann Gedankensteuerung bei Autos. Stellantis ist ein bisschen bodenständiger. Ja, so klar, IAA ist auch hier ein Thema. Aber das habe ich ja schon bei den anderen Autobauern gesagt. Schaut euch mal Berichte über die IAA in aller Ruhe an. Die Messe zeigt wirklich viel über die zukünftigen Modelle der Autohersteller. So, dann kommen wir zu meiner neuen Aktie. Juhu. Activision Blizzard. Ich habe sie gekauft. Ja, insgesamt 6 Aktien habe ich erworben. Ja, das ist also über die Hälfte meines ersten Split-Kaufs. Und bei weiterer Schwäche werde ich den Einstand dann vervollständigen. Sie ist allerdings jetzt hochgegangen am Freitag. Das ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Aber dadurch bin ich halt auch sofort mit 2% im Plus. Was ja auch dann ganz nett ist. Dennoch, ich möchte gerne tiefer noch ein bisschen ran. Na ja, wenn es schwächer oder wenn die Aktie nochmal schwächer wird, dann werde ich auf jeden Fall meinen Einstand dann wirklich vervollständigen, dass ich dann mit dem in der Analyse gesagten Betrag drin bin. Ja, momentan bin ich halt nur mit 400 Euro drin. So, dann kommen wir zu Hornbach. Da bin ich jetzt noch mit 3,8% im Plus. Hier tut sich eigentlich nichts. Über die Woche gab es mal ein bisschen Schuss nach oben. 3%, 3,5%. Finde ich gut. Dass ich jetzt im Plus bin, finde ich schlecht, weil eigentlich wollte ich die Position auch noch weiter ausbauen. Naja, vielleicht kommt es so runter. Dann mache ich es. Wenn nicht und ich kriege eine Bestätigung, dann gehe ich halt teurer noch ein bisschen rein. Hier will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen aufstocken. Dann haben wir noch die Schäffler als letztes. Hier kam ich immer noch nicht zum Zuge. Ich habe ja gesagt, ich will gerne unter 7 Euro, also mit einer 6 vom Komma, meinen Kurs vervollständigen. Das habe ich noch nicht geschafft. Auf Wochensicht seht ihr, wir knapsen hier immer runter. Knapp vor der 7 bleibt der Kurs immer wieder stehen. Ich habe mir das vorgenommen und wenn ich mir das vorgenommen habe, dann mache ich das auch erst bei 6 Euro. Noch was. Hier gab es dann eigentlich nur eine Meldung in der Woche, dass Schäffler künftig nämlich den Unterbau für Robotaxis mitentwickeln soll. Also auch hier wird an einem weiteren zukünftigen Geschäftszweig gearbeitet. Wirklich im Kurs hat sich das jetzt noch nicht bemerkbar gemacht und dementsprechend warten wir mal ab, was noch passiert. Hier sehen wir dann auch nochmal den aktuellen Kontostand, 9.342 Euro. Ich gehe nochmal hoch, damit ihr alle Werte seht. Ihr seht ja auch, dass die ganzen Werte momentan so minimal im Minus sind, dass sich da die Optimierung noch nicht lohnen würde. Und dementsprechend sind das alles Werte, wo ich gewähr bei Fuß stehe und nur darauf warte, dass sie noch runterkommen, damit ich die Position größer ausbauen kann. Ich kann auch nochmal einmal schnell auf die Beträge umswitchen, damit ihr seht, mit wie viel Geld ich im Plus und Minus bin bei den jeweiligen Aktien. Und hier sieht man ja auch dann den Vorteil, wenn man breit gestreut ist in unterschiedliche Sektoren, die mal dann besser laufen, wenn andere Aktien schlecht laufen, dass natürlich solche Gewinne wie bei Covestro und RWE oder Crop Energies und Royal Dutch, dass die natürlich die Verluste natürlich auch wunderbar ausgleichen und dementsprechend das Depot sich dann auf einem guten Niveau dann halten kann. Ja, hier in München nach Rückau 46, Baidu 103 Euro, ProSieben 62 Euro. Also breit gestreut finde ich gut, weil dann kann man nämlich dann Verluste auch ausgleichen. So, jetzt habe ich genug gesabbelt. Wir sind jetzt auch unten wieder angekommen. Ich glaube, das dürfte erstmal reichen. Ich zeige euch dann noch schnell meine Datenblätter, denn das Depot zeigt ja nur den aktuellen Stand. Nicht aber, was ich getan habe und wie die Auswirkungen sind. Man sieht bei Trade Republic zum Beispiel nicht, wie viel Dividende ich bei einem Wert bekommen habe. Und ich habe eine Dividende bekommen. Ja, das werdet ihr gleich sehen. Naja, und auch meine Optimierungen werden hier nicht eingerechnet. Ich schalte da mal um, damit ihr genau seht, was ich meine. So, dann haben wir hier nochmal einmal die Liste mit den Werten, die im Depot sind. Aber das sehen wir ja gleich auf der anderen Seite viel deutlicher. Dann will ich euch einmal die Watchlist hier zeigen. Das sind die Werte, die ich jetzt noch weiter beobachte. Hier habe ich natürlich die Freitag-Endkurse mit aufgeführt. Und hier sehen wir dann auch, ob die Aktien jetzt momentan höher oder tiefer bewertet sind zum Zeitpunkt meiner Analyse. Bei Adidas sehen wir zum Beispiel, dass die von 314 runter auf 298 gefallen ist. Alibaba ist momentan ein bisschen gestiegen. Schade eigentlich, da würde ich gerne reingehen. Aber da werde ich nochmal eine schwächere Phase abwarten. Ja, BYD ist ungefähr auf dem gleichen Stand. Coca-Cola ungefähr auch. Ganz leicht weniger haben wir momentan als Kurs. Fraport ist ein bisschen drunter. Hannover Rück ist ja dann am Tag meine Analyse, wo ich die gemacht habe, auch noch ein bisschen runtergekommen. Aber da müsste die Aktie jetzt noch ein bisschen weiter fallen, bevor ich mir dann ein Stück überlege. Henkel, da bin ich jetzt wirklich ganz stark am überlegen, meine erste Position aufzubauen. Ich hatte immer gesagt, dass ich einen Kurs unter 80 Euro gerne hätte. Den haben wir jetzt. Also hier könnte es sein, dass ich nächste Woche meinen ersten Fuß reinsetze. Aber mal gucken, wie der Markt sich so entwickelt. Wir haben ja schließlich noch den September. Da ist ja noch so viel möglich. Ja, Hochtief, genau das Gleiche. Wir sind jetzt auf dem gleichen Kurs wie damals zur Analyse. Da hoffe ich auch, dass der Wert noch runterkommt. Hier würde ich gerne auch einen Fuß reinsetzen, damit ich einen Wert für den Bausektor endlich in meinem Depot habe. Ja, Medical Property Test ist ungefähr auf dem gleichen Niveau, leicht höher. Microsoft, ja, ein bisschen noch. Komm noch ein bisschen runter. Die möchte ich auch gerne im Depot haben. Human Mining, da warte ich jetzt noch eine kleinere Schwächeperiode ab. Das wäre ja mein Gold Invest oder Ersatz Invest, den ich jetzt parallel zur Barrett Gold aufbauen möchte. Ja, Northrop Grunman unter 300. Wird auch langsam interessant für den ersten Einstieg. Ja, Omega Healthcare, die ist ja jetzt frisch dazu gekommen. Paradox Interactive, kommt jetzt auch wieder zurück nach dem Höhenflug. Ja, das sah ja auch ein bisschen übertrieben aus, was da gelaufen ist. Kurz nach dem Stopp, Führungswechsel oder zumindest ein wichtiger Mitarbeiter ist ja da ausgetauscht worden. Oder, na, ich weiß nicht. Irgendwas habe ich da am Rande mitbekommen. Auf jeden Fall war mir der Kursanstieg viel zu hoch für die kurze Zeit. Und jetzt kommt er auch mittlerweile wieder zurück. Es lebe die Fahnenstange. Rollmail, ja, kommt auch langsam runter. Werde ich mir auch nochmal genauer anschauen, wenn der Kurs noch ein bisschen tiefer kommt. Ob ich da nicht auch ein kleines Füßchen reinsetze. Siemens Energy kommt auch schön runter. Aber da will ich noch eine kleine Bestätigung haben, dass es mit Gamesa besser läuft. Sony, ja, Sony ist der einzige Wert, wo es mich momentan richtig ärgert, dass der, ja, jetzt mittlerweile schon 10 Euro über dem Kurs ist, wo ich damals analysiert habe. Ich hätte gerne unter 80 gekauft. Jetzt ist sie auf über 90. Aber hier muss ich halt noch warten. Vielleicht kriege ich ja noch die Chance. Gibt ja noch einen Chipmangel. Der könnte Sony ja auch nochmal ein bisschen in die, ja, in die Kandare fahren. Ja, Tesla ist weiterhin hochgelaufen. Vata kommt immer weiter wieder zurück. Jetzt wieder unterhalb des Kurses. Und Zalando, ja, ein bisschen höher. Ja, hier haben wir dann die Liste mit den Firmen, die ich jetzt nicht weiter beobachte. Gründe habe ich ja vorhin im Video schon genannt. So, dann kommen wir mal auf die Hauptseite, die uns eigentlich hauptsächlich interessiert. So, wir sehen jetzt hier den Freitag-Endstand vom DAX mit 15.559 Punkte. Das heißt, wir sind jetzt 0,38% tiefer wie zu dem Zeitpunkt, wo ich das Depot eröffnet habe. Das war ja bei 15.619. Und, ja, Einzahlung habe ich jetzt keine getätigt. Das war ja, glaube ich, letzte Woche, wo das dann halt reinkam. Momentan gehen wir von einem Basiswert von 27.500 Euro aus. Ich habe jetzt noch 34% meiner Gesamtdepotsumme im Geld. 65% bin ich jetzt schon in Aktien drin. Ich hoffe natürlich jetzt stark auf den September, dass wir hier weitere Schwächephasen erleben und dass ich dann noch weiter Zukäufe machen kann. Und aktuell bin ich mit knapp 0,71% im Minus. Hier muss man natürlich mit berücksichtigen, dass ich ja nicht alle Aktien gekauft habe, als ich das Depot eröffnet habe, sondern teilweise auch bei DAX-Ständen von 15.800. 15.900, also wirklich zu DAX-Höchsten bin ich hier reingegangen. Und dementsprechend, wenn der DAX dann runterkommt oder überhaupt die Indizes, dann ist klar, dass es natürlich auch ein bisschen mein Depot erwischt. Aber das macht mir nichts aus, weil ich ja weiß, dass ich ja bei den Aktien zu Preisen eingestiegen bin, wo ich noch Potenzial sehe. Und die Schwächephasen nutze ich natürlich gnadenlos aus, um halt billiger in die Werte weiter reinzukommen. Für mich ist ja der langfristige Erfolg wichtig. So, ich komme einmal kurz runter, bevor wir uns die Wertthemen allgemein nochmal oben ansehen. Ich will euch einmal zeigen, ich habe eine Dividende bekommen. 4,35 Euro ist jetzt nicht die Welt. Pommes Currywurst, mehr ist nicht drin bei dem Betrag. Aber es ist eine kleine Dividende, die ich natürlich auch mit hier eingerechnet habe bei Unilever. So, dann sehen wir hier nochmal die ganzen Optimierungen, die ich vorgenommen habe. Ich komme mal ein bisschen hoch. Na, das wäre jetzt die Anhäuser Busch. Die habe ich erhöht von 5 auf 11 und so weiter und so fort. Könnt ihr ja hier alles wunderbar sehen. Hier sehen wir auch noch die alten. Ja, insgesamt Beträge, mit denen ich investiert war, inklusive den damaligen Kaufkursen. Und, ja, jetzt hier eine Spalte. Dementsprechend hier drüber seht ihr ja, wie ich aktuell aufgestellt bin. Also, durch die Optimierung habe ich zum Beispiel Anhäuser Busch von 51 mittlerweile gedrückt auf 48, 97. BAP Billiton von 26, 33 bin ich jetzt runter auf 25, 56. Daimler von 69, bin ich runter auf 68, 80. Ja, 69, 84. Ja, guten Euro, günstiger. Deutsche Telekom, uh, das ist ja alles noch recht frisch. 17,73 Euro. Bin ich dann jetzt bei 17,29 Euro. Und Heidelberg Zement von 72 auf 68. Lockheed Martin von 308 bin ich auf 297. Die Merck und Co. von 64 auf 62, 52. Also auch über 2 Euro schon billiger. Dann die Ping an Insurans. Da bin ich jetzt von 6,64 Euro erst bei 6,51 Euro. Aber das ist ja noch gar nicht so lange her, wo ich das nämlich vervollständigt habe. Dann Stellantis von 17 auf 16,70 Euro. Das ist ja auch noch relativ frisch. Und Vonovia von 54, 86 auf 52, 93. Also ihr seht, peu a peu komme ich durch die Optimierungen. Ja, drücke ich die Einkaufskurse immer weiter runter. Und dementsprechend baue ich ja parallel auch dazu dann meistens auch dann die Aktienanzahl auf, um dann halt die Position noch von der Aktienanzahl her zu vergrößern. So, ich komme mal hoch, damit man die Tabelle jetzt hier komplett sieht. Und da sehen wir auch, das Depot selber ist trotz des Kursrutsches durch die Optimierung mit 424 Euro im Plus. Liegt natürlich vor allem an die Werte, die momentan recht gut durchschlagen. Wie eine RWE, wie eine World Dutch, wie eine ProSieben, wie eine Münchner Rück, wie eine Cop Energies, wie eine Covestro und eine Baidu natürlich. Die holen natürlich jetzt viel raus, aber das ist ja auch der Vorteil bei einem breit aufgestellten Depot. So, insgesamt bin ich mit den Werten 0,81% im Minus. Aber wie gesagt, das ist ja alles nur eine Momentaufnahme und für mich sind das ja dann auch schöne Sachen, wenn die Kurse runterkommen. Klar, im ersten Moment sieht es ein bisschen doof aus, wenn man im Minus ist, aber man muss das auf Langfrist sehen. Tiefere Kurse bedeuten weitere Einstiegsmöglichkeiten, weitere Möglichkeiten, die Positionen auszubauen. Von der Einstiegssumme her genauso, dass man die dann halt runterkriegt, wie dann halt auch die Gesamtinvest-Position. Und die wird peu a peu weiter aufgebaut, je tiefer die Kurse gehen. Erst geht es dann halt runter mit einem Minus, aber über die Jahre wird man irgendwann bei der Kehrtwende den Effekt sehen, wenn man dann zu tieferen Kursen steueroptimiert seine Einstände weiter runtergesetzt hat und seine Positionsgröße vergrößert hat. Weil dann wird man nämlich bei den Aufwärtsbewegungen natürlich einen viel, viel größeren Effekt haben, wenn es nach oben geht. An kleinen Beispielen wie zum Beispiel hier bei Du sieht man das ja schon. Das ist ja so ein Paradebeispiel, wo ich dann ja auch bei Schwäche zugekauft habe. Und dann dementsprechend, wenn es dann mal nach oben geht, geht es natürlich mit der größeren Menge an Aktien nach oben. Und dementsprechend sind dann natürlich die Kursgewinne auch viel größer und viel effektvoller, als wenn ich jetzt noch mit meinem einmaligen Einstandswert drin wäre und gar nichts gemacht hätte. So, ich würde sagen, das reicht eigentlich soweit. Ich kann auch einmal das Ranking-Blatt zeigen, damit das auch nochmal jeder sieht. Das habe ich ja schon bei den Analysen immer dann gezeigt. Aber falls jemand jetzt hier neu ist und das noch nicht kennt, das Ranking wird bestimmt durch den maximalen Invest-Betrag. Das wäre diese Spalte hier. Und je besser eine Aktie hier bewertet wurde, desto höher steht sie in der Liste. Ich scrolle mal einfach runter. Ich mache das mal weg, soll ja nicht stören. Und dann könnt ihr alle Werte nochmal betrachten. So, dann sind wir auch schon bei 58 bei TUI unten angekommen. Ich scrolle nochmal hoch und dann würde ich sagen, reicht das auch für heute. So, dann machen wir mal Schluss. Okay, dann seid ihr jetzt auf dem neuesten Stand. Reicht auch für heute. Ihr wisst nun, wie mein Depot aussieht und was sich bis jetzt getan hat. Alle weiteren Veränderungen und meine Handlungen werde ich dann in den nächsten Depot-Update-Videos erläutern. Ich weise nur nochmal darauf hin, es geht mir nicht um den kurzfristigen Erfolg. Ich bin kein Daytrader, sondern ein aktiver Langfristanleger. Für mich ist wichtig, was nach Jahren bei meinem Depot rauskommt. Ob ich jetzt besser oder schlechter als der Markt oder eher ein anderer Trader bin, ist für mich absolut nicht wichtig. So, dann machen wir jetzt mal Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ach ja, es wäre natürlich toll, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben könntet. Damit würdet ihr mir ein bisschen helfen, den Kanal bekannter zu machen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, soll ja vorkommen, dann macht auch das, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. So, bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke.